Sie hatten gerade erzählt, dass wahrscheinlich dieser Wandteppich in Kasachstan von der Regierung übergeben worden ist. Als Gastgeschenk. Genau. Und ich hatte dann von Köln aus an den Anstaltsleiter geschrieben und um die Herausgabe oder Bekanntgabe gebeten, wo meine Kunstwerke hängen. Und da hat er mir zurückgeschrieben, den Brief habe ich heute noch, es stehe mir jederzeit frei, ich hätte erstmal Pflichten gehabt, da zu arbeiten im Gefängnis, aber es stehe mir jederzeit frei, die dort erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in meinem persönlichen Leben anzuwenden. Also meine eigenen Entwürfe, ich habe verschiedene Sachen nachgeknüpft, von den dort entworfenen Teppichen, ornamentale, und die stelle ich jetzt der Gedenkstätte in Hohenschönhausen in Berlin zur Verfügung als Leihgabe, sodass sie dem Publikum, die haben ja sehr viel Zuspruch, ausstellen können, dass sie die original nachgeknüpften Teppiche nochmal, dass sie die sehen können. Ja, und der Hammer war ja dann später, ich musste ornamentale, wie gesagt, und auch politischen Inhaltsknöpfen, und ich hatte eins entworfen, rote, sah aus wie Windmühlen, so Fantasieteppich, auf beigefarbenem Grund, und da steht plötzlich eine Leutnant vor mir und schreit mich an, das sind ja Hakenkreuze. Also ich habe so einen Schreck gekriegt, also ich bin bald im Erdboden versunken, weil ich dachte, wenn die mir jetzt als politischen Häftling Hakenkreuze andichten, ab und zu waren in der Damentoilette im Arbeitsraum Hakenkreuze geschmiert. Aber das waren hundertprozentig die Kriminellen, weil sie die ganze Situation heraufbeschwören wollten, was danach kam. Dann gingen Razzien los ohne Ende, die ganze Nacht, also anschließend an die Nachtschicht, und hier habe ich darum gekämpft. Dann gingen die rum, dann nahmen die den Teppich mit. Und in dieser Schicht waren ja auch Kriminelle, vorwiegend, ich war die einste politische. Und dann, ja, sehen Sie hier auch Hakenkreuze? Und dann sagte die eine, naja, man könnte das so auslegen. Und dann nahmen sie den Teppich mit und gingen damit zum Personal. Ich habe so gezittert, ich hatte so eine Angst. Und dann aber, Gott sei Dank, kam die Wut wieder auf in mir, dass ich dachte so, ich sage der, wenn die jetzt zurückkommt, sofort, ich höre auf, ich knüpfe keinen einzigen Knoten mehr. Und als sie reinkam, ehe sie überhaupt mir sagen konnte, ja, die und die hat das auch so gesehen, habe ich gesagt, so Frau Leutnant, Dietrich war das nicht, war eine andere, weiß jetzt den Namen nicht. So Frau Leutnant, ich lege ab sofort die Arbeit hier nieder. Ich arbeite im Elmo-Kommando und ich bin nicht verpflichtet, zwei Tätigkeiten auszuführen. Ich mache keinen Knoten mehr, wenn Sie mir das so auslegen. Und da war die so verblüfft, ich denke, sie wollte noch mich richtig knechten. Sie hat dann gesagt, nein, nein, aber man könnte, das müssen Sie doch selber sagen. Sie war also etwas verbindlicher geworden. Aber da habe ich dann sehr aufgepasst, was ich für Entwürfe gemacht habe. Denn das Personal kam auch zu mir, privat, haben sich einige Entwürfe von mir machen lassen, weil die privat Wandteppiche knüpfen wollten. Und so habe ich für mein Buch die Namen von diesen Wachteln erfahren. Da habe ich gesagt, ja, ich habe schon zwei in Arbeit, wie heißen sie denn? Ich muss ja wissen, welchen Namen. Und so habe ich ein paar Namen erfahren, das war von mir ein Trick.